hallo meine lieben freunde da sind wir wieder bei arx survival evolved und ich muss mal kurz das bild von obr ist wieder richtig schieben ich habe das außersehen verschoben und ja ich habe mir überlegt wir ziehen jetzt um ab der ich glaube der nächsten folge könnte es sein kann aber auch sein dass ich jetzt schon heute schon umsteige und hier aber um das zu realisieren möchte ich erstmal level 94 erreichen da ich dadurch dann damit er gesagt dann dass quetzel eine plattform geben kann und somit dann auch mehr tragen kann also würde ich aber sagen wir legen mal los mit dem level und das geht natürlich am einfachsten mit unserem mit dem kleinen hier und dabei killen wir ja alles was uns zu weh kommt so da kommen auch schon die nächsten äußerst nett von euch dass ihr ankommt der ist aber willig hier so das ist nur von ihm aber die haben soll ich anders verdient auch zwei neue tote so da gucke ich mal eben kurz was er hier alles im köcher hat das bleibt bei mir euch wieder so dass ich wieder alles rüber packe was ich haben will und der rest kommt einfach wieder auf ein stapel würde vorschlagen wir bauen komplett alles auch neu also ich werde das hier in der alten base hier vorne werde ich jetzt nichts abbauen und das dann nachher wieder irgendwo anders hin neu aufzubauen auch habe ich ein bisschen was an das gesammelt den habe ich haben so der will ich geben dem ich mal auf den piss hier ich kann schon hartnäck ja 242 24 das gibt es immer gut an an punkte mein gott wird es dunkel so jetzt haben wir uns halb durch die welt gefressen und wir haben ja 93 haben wir jetzt schon das ist natürlich sehr gut aber ich würde ihnen hier nochmal natürlich noch mal eben kucht hier aber ja die ganzen scheiße aufgesammelt haben von dem dort und wie dem schauer mit und natürlich den schrott der rest kann welch und wie lange wir brauchen um level 93 zu erreichen ich mache schon mal das level gewicht mosasaurus plattform und ender in grand mdsm erlernt ok lauf nicht weg von mir will ich doch nur töten gott war ein level 240 die arme sauer ach guck mal der ist doch gar nicht tot ich sehe nichts ich habe seite super nicht durch die wolke dagegen so sonne gehen wir wieder auf ich brauche licht oh da will es alle wissen dann wird 32 und haut ein so aus dem kastbar hier wieder voll beladen hier haben mich hier ist nicht mehr viel also können wir es heute sogar noch packen so das fälle nehmen wir auch noch mit die zwei wie immer auch so und wieder ausschmeißen schweißen super künftig noch mal hier so aber da ist noch was schönes hier meine ich zwar nicht hier meine ich doch der war aber der weg nicht mehr da gar nicht mehr hier nach wo die schulkröte versucht hat es zu mir zu kommen so bisschen level dauert noch einiges war es ja schnell war hallo ich habe mich hier weg schiebt ich habe mich hier weg schiebt das wieder wegen überfüllung geschlossen ja mein gott nicht falsch so kann alles weg außer dass hier das hirn aber der rest kann alles weg auch mal hier was da wieder aufgesammelt kreativ brauchen wir natürlich aber den anderen müll nicht das war's und tschüss auch mal hier die 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 so haben wir noch mal eines da drauf 1 da drauf dass der schon wieder zwei level gemacht hat schon der hammer oder ich will level hat er jetzt und 382 alter verwalter es hat ja aus den uhr wie raptor für einmal wild killen sich die gegend rennen vor 224 alter verwalter ach so ist tot 232 zappelt sich als ich einen weg da ich habe level paar punkte noch so jetzt habe ich brauche ich einfach noch ein level verdammt so den da noch den dicken koloss so viel level hat er ja gar nicht okay alles klar er ist auch wegen überfüllung geschlossen das war's ja ja mega leck des jahres wie bringen die weniger als das normale fleisch an leben das ist ein bisschen merkwürdig egal schmeißt alles raus alles raus ist alles raus doch keine miete zahlt ne äh so es war nicht guck-kuch das ahren ja ei 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 dodo sie müssen aus dem weg gehen hallo ach ich bin zu schwer sagt das doch mensch aber hier kommt auch noch weg wenn ich den ja das alles war rüber schicken jetzt kann ich mir die sache nämlich mal ein verleiben weil die brauchen wir nachher da will ich nachher mit euch was machen was ich noch nie gemacht habe aber das kommt dann drei zeiten schön an der wolke vorbei ich wollte eigentlich nur das nein nicht rein boah jetzt da ganz hinten und werde da mal die ganzen schweren Viecher da oben wegprügeln. War ich das? Ist gut möglich. Oh, Entschuldigung. Kann man hier nicht hochdaten. Den hier lasse ich, weil den würde ich gerne haben. Aber den hier muss weg. Ich komme nicht mehr hier vorbei, Mensch. Oh, ein Techrex. Oh, was hat der für ein Level? 48 nur. Alles klar. Nein, ich habe einen Einhorn weggekillt. Oh, nein. So, Mist. Ich habe einen Einhorn weggetötet. So, Mist. Hat er das gesehen? Verdammt. Das hat aber auch nicht an den Level so viel gebracht, ne? Ich habe aber gedacht, das bringt alles ein bisschen mehr. was ist das nicht mehr, was ist das nicht mehr? Ja. Oh, Mann. Was ist das? geht nicht auf mich verschwindet gerade alles nein wo ist es nein jetzt habe ich es gerade gefunden scheiße egal finden wir schon noch was mehr tschuldigung 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 so mal eben die beseitigt hier so haben wir uns bei einem neues geholt und sind somit wieder überladen so so kurzes rüber zu mir packen nicht wegen dem gewicht sondern dann möchte ich das hier unten alles sehe passiert dass sie gerade eben und ich habe alles weg gut auf geht's erst mal kacken genau so 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 kann ich auch Der hat angerufen, ich kann ja dies hier. Tja, ja. Und weiter geht's. Ich hab grad mal die Hälfte des Levels, ey. Ich muss gleich mal wieder zurück. Und die ganze Soosie wegkriegen. Einmal vorbeilaufen, gesnackt. Die, da mach ich noch, die zwei da, und dann... Okay, da kommt noch einer. Lass mich in Ruhe. Okay, dann kann ich ja nichts hier. So, auf jeden Fall geht's jetzt mal erstmal wieder zurück. Ich muss die ganze Zeug loswerden. Oh, das ist noch ein neuer Rex, ein neuer Rex gespawnt. Der kam mir zu nah. Rexi, Baby? Ben ich den auch am Treffen, oder was? aber sieht so aus doch nicht ich habe ihn gerettet was von level hat er denn 216 haben sie eigentlich fast fast geschafft so noch mal kurz von denen ein paar beseitigt direkt da ja und wie es aussieht brauche ich muss ich mal wieder platz schaffen seite kann ich gebrauchen ich bin überladen meine maus ist irgendwie im eimer dies kräume ist zumindest nicht richtig so da haben wir doch ein böses richt auch noch mal eine mitgegeben mir den schmetterling verdammt bin ich ja durchgelatscht was will ich weiter los ich helfe dir mal so den vermöbel war mein kurz mega leck wo wir fast ein paar level gemacht haben auch habe ich jetzt in die fanden auch ich habe elefanten angeschlagen wo den er die abhalten können hier aber naja der hat ja mit angriffen also kann ich da nichts für noch mal gucken was alles von recht kann eigentlich alles nach uns kann dann auch nein 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 aber ab hier dann alles weg wollen ja keine unwahrheit in der tasche haben und auszusehen drauf getreten jetzt haben wir fast das level geschafft aber ich muss erst mal die sachen loswerden hier bei oben war ja nicht hier so was haben wir denn ja da haben wir einmal diese jahr elektronik sagen wir noch irgendwas was hier holzkohle holzkohle können wir nachher munition herstellen ok wir haben wir gar nicht mehr so viel ist da gar nicht mehr keratin 3500 davon haben wir einiges so habe ich auch noch da drin das ganz unten das aber nicht das hier jeder könnte auch noch drin haben habe ich doch nicht drin als klar dann habe ich aber noch was da genau genau der mensch da war ja mensch tausend werden reich sondern noch einmal latschen einmal los hier habe ich auch noch da drin das ist auch egal verdammt er lebt ja noch ich denke ich jetzt doch weg den elefanten hier und er hat ordentliches leben da hätte ich vorher mal gucken sollen wir brauchen nicht mehr viel leben level man nicht ja baby ja 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 Ja, der hat ein hohes Level. 240. Das hat was gebracht, würde ich mal so behaupten. Und den noch. Sieht zwar schön aus mit seinem Moos haben, aber... Nee. Nee, nee. Muss alles weg, was keine Miete zahlt, ja. Auch ein schöner Brecher, ne? Okay. Jetzt hab ich einiges weggesteckt, da war noch was dazwischen. Ich hänge fest. Ah, die sind alle nicht so hoch im Leben, im Level. Traurig, so blödes Mist. Rohes Filet, ja, das kann ja ruhig alles klauen, das ist mir Latte. So, dreh dich mal. Jetzt so wieder hoffentlich losüberfüllt. Jetzt hat er wieder alles gefressen. So, das kann weg. Lass es nicht. So, den Rest schmeißen wir wieder aus. Oh, wir haben Überlänge. Ja, den einen, äh, das eine Level hier mache ich noch. Das dürfte nicht mehr lange sein. Zwei Frontos hier noch und dann bin ich fertig. Was hat er denn alles mitgeschleppt hier? Also, wenn ihr mal Fleisch braucht, nehmt ein Drexer Zorn. Ah, nein! Ah, verdammt. Ist immer noch nicht fertig. Dann gönne ich mir den hier noch. Hallo? Ich nehm mir doch das Ei. Hihi. So, wo sind wir noch? Ja. Fehlt nicht mehr viel. Ach, da ist ja noch einer, den ich gar nicht gesehen. Ich bin endlich Level 95. So, mach ich hier wieder. Und? Ja, aber noch nicht. 97, ach Gott. Ne, das mach ich jetzt nicht mehr. Das mach ich jetzt nicht mehr. Ja, aber da würde ich dir sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Dann mach ich eventuell die letzten paar Level. Oder ich geh ein paar los. Mal schauen. Können wir sehen. Bis dahin. Euer Wobar. Ciao, ciao.